Das Thema ist ungefähr eine kleine Geschichte im Weg. Es ist nur ein Fressen. Das bedeutet, ein Essen zu Hause mit sechs Leuten. Jeder hat mit jemandem egal was zu tun. Und es gibt den Tod. Wie das große Fressen. Aber nicht mit Essen. Aber mit Bewegung. Das ist eine gute Frage. Wie der Sonnenlicht Der Stuhl bekannt Wie die Lichterschein verwarnt Kein Tag so schön Wie der Sonnenlicht Ich habe immer mit älteren Tänzern gearbeitet Und ich bin auch ich mehr als 40 Ich anfange bald in den 50ern zu sein Und ich kenne so viele Tänzer über 50 Tanz nicht mehr oder habe keine Lust mehr Und ich habe die Idee, warum machen wir dies ein Stück zusammen Und ich bin auch ich nicht mehr als 40 Alle haben mehr als 36 Jahre auf der Bühne getanzt. Das ist mehr als 30 Jahre auf der Bühne getanzt. Das ist ein Punkt. Aber der Körper ist reduziert. Die Grenze, also so viel Erfahrung. Aber dein Körper will nicht mehr. Dieses Spiel, was das Stück ist, dieses Spiel inzwischen. Erfahrung und die Kapazität ist reduziert. Jetzt... 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 Du kannst einfach sagen, Diamonds sind wie ein Tänzer auf der Bühne, das scheinen. Und wenn du normalerweise 50 bist, hast du Geld an Diamonds gekauft. Du bist normalerweise Sitz in deinem Leben. Du bist so in deinem Rohpunkt in deinem Leben oder in deinem Karriere. Und das ist auch sehr kontraditoire für einen Tänzer. Und Moses, das sind die Schönsten wie ein Tänzer, aber schon tot. Das ist die Brillante und die Tod, die ganze Extremität vom einen zum anderen. Das ist wie ein Tänzer ist. Das ist wie ein Tänzer. 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 Woohoo!